Moin. Hey. Der Kaffee ist schon unterwegs. Perfekt. Dann kann ich ja direkt starten. Ich hätte dir Dateien geschickt. Hier, ne? Genau. Da siehst du die Einlassung der Regale. Wie viel Überhang haben die Böden? Jeweils 30. Katrin wollte ja auch die schwebende Variante. Also ist noch genug Abstand zum Ausgang? Ich weiß, du bist es luftig. Deswegen bin ich dem Maurer mit dem Zollstock gefolgt. Danke. Bitte schön. Danke. Hast du ein Foto vom Durchgang? Der ist ja zentral für den Store. Am besten du kommst mal mit auf die Baustelle. Da noch überall Gerüste stehen, ist der auf den Fotos nicht gut zu erkennen. Ja, ich muss mal gucken, wie ich Zeit habe. Ich hab auch schon die ersten Fahrproben dabei. Eine Mischung dürfte es geben, die euch beiden gefallen dürfte. Ja. Hey, euch hat das Video gefallen? Sehr gut. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann einfach hier klicken. Und wenn ihr ganze Folgen sehen wollt, dann einmal hier. Bis dann. Ach so. Und abonnieren nicht vergessen. Tschüss. Ihr seid ja immer noch da. Klicken. Tschüss.